So liebe Freunde, schön, dass ihr eingeschaltet habt hier zur Auslosung. Ich mache das Ganze dieses Mal mit Handy. Ich filme mich quasi jetzt selber. Ich sitze hier am Laptop und ich blende den jetzt einfach mal ein. Wir machen jetzt zusammen die Auslosung, dass ihr auch gucken könnt. Ich drehe mal eben rum. So, kann sein, dass ich das jetzt gleich einmal schwenken muss. Hier seht ihr nochmal mich in dem Video. Das ist das Giveaway Video. Bla 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 bla. Jetzt muss ich hier den Link kopieren. Hier oben und wir gehen dann auf den YouTube Random Comment Picker. Hier gehe ich dann einmal hin und füge unser Video Link da ein. Gucken wir mal, wie viele Kommentare da sind. Ungefähr 60, alles klar. Und dann Start Raffle and Pick Random Winner. So, seid gespannt, liebe Freunde. 3, 2, 1, Feuer. Wer wird es sein? Wer wird dieses Mal gewinnen, liebe Freunde? Ich bin gespannt, ich bin gespannt, ich bin gespannt. Kai Borger. Super Video. Mich würde Tawael und Michael reizen, aber probieren würde ich sie alle. Zwinker Smiley. Ja, gut. Dann klicken wir mal drauf. Kontrollieren wir mal, ob du auch Abonnent von Dampf günstig bist. Tja, das tut mir natürlich sehr leid, Kai, aber ich habe es extra nochmal geschrieben. Leute, ihr müsst eure Abos auch öffentlich stellen. Das habe ich, glaube ich, sogar zweimal gesagt im Video. Kai, das tut mir leid. Und ich muss leider einen neuen Gewinner auswählen. Und Raffle, der nächste. Und Lars L. Ja, gut. Das ist wieder eine dumme Situation, denn der liebe Lars, der hatte, glaube ich, schon ein paar Mal hier gewonnen. Und hat gesagt, er drückt seins dann mal weiter an jemand anders. Das heißt, hier, ich kann euch das auch nochmal zeigen. Gabriel wäre, glaube ich, mein Favorit. Ich passe allerdings beim Gewinnspiel. Habe schon beim dritten Dampfwend. Und jetzt zuletzt auf der Facebook-Seite beim Dampfrabatz abgeräumt. Drücke mal anderen die Daumen. Ja, hatte ich ihm auch noch zu kommentiert. Sehr nett von dir, lieber Lars. Das weiß ich zu schätzen. Und die anderen bestimmt auch. Und in die nächste Runde. Und go. Start. Jetzt aber, komm. Gib einen richtigen Gewinner. Gib einen richtigen Gewinner. So. Phil ist top. Ich habe noch keinen Favorit, denn ich konnte noch keins testen. Ich habe aber von Dampferfreunden bis jetzt nur Gutes über jedes Liquid gehört. Und deshalb hoffe ich zu gewinnen, damit ich auch alle Sorten testen kann. Und außer dieser dann ein Liebling oder sieben neue Lieblinge entstehen. Abo besteht schon eine ganze Weile. Ja, super. Dann alles Gute mit dem Paket. Schreib uns doch bitte mal auf die Dampfgünstig-E-Mail-Adresse. Die steht in der Videobeschreibung. Herzlichen Glückwunsch. Phil ist top. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Ja. Gut, liebe Freunde. Das war es jetzt für dieses Gewinnspiel. Und es kommt aber schon ein nächstes. Also nicht traurig sein, wenn ihr verloren habt. Es geht noch weiter. Oder im nächsten Video. Und danke fürs Mitmachen. Dies, das, blablablob. Und wir sehen uns im nächsten Video. Haut da rein.